Ich bin der Übungsleiter, der Heiko von dem Flying-Kunz Hallesale. Ich möchte euch heute zeigen, ein Tanz, den wir selber geschrieben haben. Und zwar Jubelung with me. Die Musik ist von Taylor Swift, 48 Couts, in der Media Beginner Line Dance. Und hat in der dritten Runde, Ende der dritten Runde, einen Re-Start. Dem werde ich euch mal erklären. Er fängt natürlich mit rechts an, Gewicht ist auf linken Fuß, mit rechts. Zweimal ein Heel nach vorne, Heel, Heel. Mit rechts ein Coaster-Step. Das gleiche mit links. Zweimal ein Heel nach vorne, mit links ein Coaster-Step. Gewicht dann wieder auf links, mit rechts. Ein Heel und Heel und ein Side-Rock. Jetzt kommt Behind Side Cross. Behind Side Cross. Das gleiche noch einmal mit links. Side Rock. Behind Side Cross. Mit rechts ein Rock-Step. Ein Shuffle-Türm. Ein Shuffle-Türm. Und hier eine andere Halbentwicklung nach rechts. Mit zwei Schritten folgen. Also zwei Zehzeiten. Heißt links, rechts. Zum Ende steht man auf rechten Fuß. Die nächsten Schritte folgen. Ein Side Rock mit links. Ein Cross-Shuffle mit links. Ein Side Rock mit rechts. Ein Cross-Shuffle mit rechts. Mit links. Mit links kommt ein Pad-Point. Halbentwick nach links. Ein rechter Shuffle davor. Mit links ein Rock-Step. Mit links ein Moaster-Step. Mit rechts kommt ein Side und Side und Side-Step. Das gleiche noch einmal. Side und Side und Side-Step. Hier. Hier endet der Tanz und beginnt wieder von neun. Wie ich vorhin schon sagte, in der Ende der dritten Runde die letzten acht Counts ausfallen lassen und der Re-Start. Re-Start heißt von neun beginnt. Ich tanze jetzt einmal den Tanz vor bis zu dem Re-Start. Heißt Heel Heel. Groster Step. Und Heel Heel. Groster Step. Heel Heel Heel. Groster Step. Heel Heel Heel. Groster Step. Heel Heel. Groster Step. Und hier fängt der Re-Start Ende der Runde an, wieder von vorn. Hier, hier, Coaster-Step und hier, hier, Coaster-Step. Hier und hier und Side-Rock, behind Side-Cross, Side-Rock, behind Side-Cross, Rock-Step, ein Rattel-Türn, Full-Türn, Side-Rock, Cross-Shuffle, Side-Rock, Cross-Shuffle, ein Rattel-Türn, ein Rattel-Rock, und hier, Coaster-Step, Side-Cross, 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 Side-Cross. Und hier wieder von heute, viel Spaß beim Lernen nach der Eitel.